Ey, muss mal jemand... Komm, ich stimm dich drüber so. Muss mal jemand wieder... Drachenlord-Fan! Drachenlord-Fan! Geil. So, Jungs, jetzt lass mal was reißen hier, Alter. Geil. So, das ist übrigens die neue Rainbow Six Folge, ne? Yeah, nicht die neue... Hä? Wie ne neue Rainbow Six Folge? Ja, aber fuui, Alter, jo! 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 Mach mal! Ey, Bronz, wie hast du die Madman? Mutterschiff Wurzland. Ne. Tobi, du hast... Tobi, Tobi, du hast noch nicht die Klasse gehabt, ne? Ich hab die noch nicht gehabt, ne. Dann geh ich jetzt raus und du nimmst die, okay? Ja, geil, ey. Okay, go. Nimm. Hammer, ey. Hast du? Boah, geil, die Blonde hier, ey. Töfte, Tobi. Du musst echt dir überlegen, wo würdest du die Kameras hinpacken? Lass mal, lass mal Bahnmuseum gehen. Ne, Lese-Seil. L-Li. Hör mal so, am besten die Kameras vielleicht so positionieren, dass die so... Hat man die Kameras als Standard? Ich hab die nämlich noch gar nicht gekauft, wenn... ...oder so. Ne, das stimmt. Ne, das ist einfach deine Specials, Hacker. Ah, okay, okay, okay. Ungesmoked. Ungesmoked, geil. Burned is on fire. So ein Klostuhl, einfach ein Stuhl mit einem Loch auf dem Sitz. Boah. Boah. Ne, aber so in unmittelbarer Nähe von unserem Spot ist ja schon nicht verkehrt, ne? Auch mal hat der grad gesehen, die haben die Kamera einmal nicht gesehen. Bruns-PC sind im Spülkasten verbaut, mit Wasserküpfung. Hä? Geil. Jetzt, guck mal, jetzt kommt der beim Bruns-S an, hast du gemerkt? Alter, wie sieht das denn hier aus, Mann? Ah, geil. Hä? Was ist denn so rot hier alles? Ja, die haben das geändert. So, Leute, jetzt lass mal wirklich konzentrieren jetzt. Ja, Mann. Das ist echt hier, Freunde. Willkommen bei Rainbow Six im Puff. Hä? Alles klar, Ronzo. Das ist so, wenn die Add-Ons bei dir heißen, oder was? Ja, so ne, die Folge. Pufflein. Ja, Ben, warst alles geschmigst, ne? Ja, Leute, ja. Wer geht dafür, wenn die Folge hier so aussieht, Alter. Wenn die Folge hier so aussieht. Ronzo, geh doch weg! Ah, ne, dieser Freezer, geh doch weg! Ey, was macht ihr denn da, Mann? Der blockiert den Weg, Mann. Hier, wir haben hier überall keine Wände, Alter. Oh, da kommt grad Pudi-Pudi bei mir einfach mittendrin. Danke, Ben auch immer der Garten. Warte, ich weiß doch noch ne Kamera raus. Kannst du auch wieder einreißen, wenn du willst. Ne, ne, Curry, ist ja mit Liebe gemacht, ne? So, und jeder, also für alle, die natürlich jetzt gerade Rainbow Six gucken und das nicht verstehen, jeder, der GTA in den Chat schreibt, jetzt eine kleine Nachricht. Aufgrund von eurer Krängelei werden wir heute kein GTA mehr im Stream spielen, damit ihr es endlich mal lernt, dass man sich einfach gedritten ist. Was, Alter? Ey, da spielt man ganz so an Rainbow oder was? Ja, einfach nur aus Prinzip jetzt. Dennis hat das immer so mit Genuss so sagt, weißt du, äh. Aber du hast ja recht, ich meine, diese rumgeeiere ist natürlich nervig, ne? Weil ich stand da gerade, spielt jetzt GTA, ihr Arschlöcher. Ja, tschüss und fertig. Also GTA find ich aber nicht lustig, ne? Also ich finde... Warte mal kurz, ich hör nix. Was jetzt, was jetzt? Deswegen, alle, die kein GTA haben wollen. Also die netten natürlich nicht, nur die Marvin 12. So. Musst ja auch mal hier durchgreifen. Und keine 12 mehr, dass sie immer hier... Ich hab die Kameras da mal hingesetzt, selber gucken, ob das bringt der. Hier ist Action, zwei Stück. Tobi, da hängt er. Klingt nach Schild. Huch. Also ich hab das Treppen aus dem Gesicht. Da, da im Fenster ist jemand. Und Kamera, scheiße, Mann. Was für ne Musik hier, Alter? Was ist das, Tobi? Was ich dran hatte? Wohohohohohohoh. Da ist schon wieder einer tot von uns. das war ja eine ab leute denn es hat denn du musst hier ab eben tobi dahinten warte warte ich habe ihnen einen verletzt wenn ich habe an verletzt jetzt schild ist immer noch hier rechts bei mir ja ich weiß man ruhig geries aber ruhig bitte ja auf einmal jetzt halt die fresse sehr ruhig scheiße man die tür muss noch eine abnehmen leute mal geht alter hat mich jetzt ist das dein ernst das schild ist so overpowered ach so das war gar nicht okay alles gut tobi warte ich markiere die tobi die kommen von überall gerade so bin ich nur zwei ach so ist ein fünf noch das abnehmen das immer noch mal beziehungsweise dass das ding sehr aufteilen weißt du gerade war keine aufteilung ich habe die tür gehabt aber keine ahnung ja die haben mich von da aus halt gekillt noch echt er der kamera von rechts ich konnte nicht um die ecke rumgucken ich habe das treppenhaus gehabt die andere ecke konnte ich von da aus nicht sehen du willst blackbeard bronze ach kacke ich weiß natürlich alle die gta sehen wollten und gebürtig waren es tut mir leid aber muss aber auch mal den leuten die die ganze zeit krängelig sind das habe ich schon mal gemacht aber durchgreifen weil eigentlich soll es einfach nur ein ganz normaler stream sein wir wollen einfach nur zocken und nicht die ganze zeit immer irgendwelchen blöden uns gesagt bekommen was wir spielen sollen oder was nicht drachenlord-fan ist wenigstens nett ja der drachenlord-fan immer bin auch ein fail vom drachenlord ne bei einem von dem video wo der knallrote augen hatte weil er sich richtig ein durchgeführt hat wir sind dann im bahn-dengen im neuen video äh genau eisenbahnmuseum ja ich finde den drachenlord ich finde den irgendwie ganz cool also ich weiß nicht ganz cool aber ich finde ihn ganz lustig eigentlich ja der ist lustig das ist ein emotionsträger auf jeden fall ja sympathieträger meinst du da habe ich mir nur einen let's play auch hehehe geiler war okay die haben einen tachanka hier der baut sich jetzt hier direkt auf bei bei dem eingang hier ich hab's gefunden ah ja ich hab's ja schon nicht die nicht das zugding sondern der vorraum curry weißt du was hat der mittel leute es ja es gibt also nicht da wo der kamin ist sondern der andere vorraum genau genau okay alles klar achso ich verstehe dann erst jetzt an der mittel leute hör mal hehehe 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 ich mach eben die kameras 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 mittel Jobi ich stell dich mal in den hauen das ist ein mann verpiss dich doch da ist der falle man hehehe alter ey ich bin der freezer was ist so ein uhr und so ein alter was ist das so ein richtiger jaaa geiler oh mein juli ich freilass mit deiner mutter gekannt hat er dir die zurückgedrückt alter da kommt einer alter was machst du denn das hey alter das ist doch nicht euer ernst schaui ich bin der da anlos guck mal der stirb Was war denn los? Zeigen, dass ich wurde eliminiert. Tut mir leid, jetzt konzentriere ich mich. Wir verschenken hier die Runde. Ah, scheiß Herz in so, Alter. Ja. Krass, ey. Hätte ich eine Mutter gekonntet, hätte ich mich wieder zurückgedrückt, Alter. So hat der dann das ernsthaft. Okay, nimm mal hier mal ein Tier, die mal cure, wenn er will. Ne, ich hab alle cure, Alter. Ich muss gleich den Blackbeard noch mal spielen. Okay, dann mach ich noch mal, einfach so just for fun. Der Fulker nimmt immer die geilsten Sprüche raus, einfach. Oh mein Gott, ey. So, jetzt aber wieder Konzentration. Der Herzsensor gerade war ja krass, ne? Durch das Holz, ey. Metal, Leute. Der Herzsensor sieht jetzt auch die Umrisse von irgendwelchen Sachen, Wänden und so. Den Raum sich... Den Raum sich... Den... Echt? Ne, du verwechselst den gerade mit Dings. Was denn? Mit der... Mit der IQ. Nein, nein, der Herzsensor. Nein, 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 nein. Ach so! Der Herzsensor, der Herzsensor siehst du nur die Punkte so. Ja, sorry. Ja, sorry. Entschuldigung. Weich Curry. Westen. Ich hab doch bei der Katze du da, ey. Westen. Okay. Das ist das, Alter. Los. Hello. Richtig geile Posi für ne Kamera gefunden, ey. Nice. Fosi von Mosi, ey. Lass mich mal raus da, Dennis. Warte mal, ich merke. Drei Westen haben wir noch. Okay. Wo sind die Wachter hinten wieder? Fünf Sekunden da. Ich geh wieder in den anderen Raum gleich drüben. Ja, Leute. Und wie gesagt, nächsten Mittwoch gibt's auch wieder einen Stream und beim Tobi Samstag schon, ne? Ja, geil, ne? Eingucken. Mittwoch dann um 19 Uhr wieder. Da schwimmen wir, aber schwimmt man noch eine GTA, ne? Curry? Hat er bisher gar nicht da. Ey, wofür hab ich dann die ganzen Sachen rausgesucht heute? Nehmen wir morgen auf, oder nicht? Ja, die können wir morgen auch in den Curry. Was will die Katze denn jetzt von mir, Alter? Schau mal deinen Cock, ey. Was willst du? Okay. Äh, wer ist an der Weste nicht? Ich hab meine. Okay, Bronze ist oben, dann geh ich mal wieder runter. Kannst ja eskaliert vor. Ich hab ja noch ein Dings gemacht hier, so eine Luke. Oh. Wo war das, Tobi? War das bei dir im Raum? Ne, ne, alles gut. Hier ist alles easy. Ich bin doch vom Bullshit Bücherregal gefallen hier. Okay. Äh, einer ist in der Hauptlobby unten, ne? Seht ihr das? Ich kann mal gucken. Ich markier die mal kurz. Ja, ich seh's, ich seh's. Jetzt hat er dich. Ab jetzt zockt. Ab jetzt zockt, Domis. Ja, das Markieren ist halt immer so ne Sache, ne, aber. Alter. Okay, einer kommt hier rein von oben, ne? Boah. Alter. Ja, Friesley ist wieder down, ey. Wo läuft der denn rum, Alter? Metal-Leute. Nein, Sponsor. Sind da noch mehr? Ja. Wo denn? Bei mir genau. Ah, fuck ey. Schade. Ach du, die Luke ist auf. Luke ist auf bei dir dennis? Ja, ja. Ja. Von mir ist auch ein Schild, ich bin sowieso tot. Ja, ich bin oben. Zwei Leute sind oben, also. Ja, ich bin oben. Boah. Ja, ich bin oben. Ja, ne, 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 ne. Ja, der ist. Der hat den ja. Der hat zwei. Haben wir dennis? Hat den Schildtypen Curry und äh, 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 Sniper Frost. Genau, genau. Leute, die haben die, sagen wir nicht, dass die, 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 die Ding jetzt geklaut haben. Einfach. Was? Ruhig. Was denn? Oh! Haben die geklaut? Der ist oben. Der kommt wahrscheinlich von der Klappe. Naja, ich hab die Luke. Alter. Na, der ist oben? Nein, es kommt einer. Ja, 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 ja. Ah, scheiße! Ja, ich hab so spät geschaffen. Im Raum drinnen, Tobi? Genau, genau. Bleib so, das ist gut. Mann, ey. Nein, 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 nein. Dieses Fuck-Schild, Alter. Der kommt wahrscheinlich jetzt von rechts. Der hat aber ne Shotgun, äh, äh, ne, die Sniper hat, der Curry. Äh, äh, Tobi meine ich. Fuck. Muss da rein. Nee, noch nicht. Es ist umkämpft. Boah. Ey, was soll man gegen diesen Schildtypen machen, Alter? Das ist ja noch... Warte mal, Curry, der muss, also Tobi musste jetzt gerade nicht durch den Kamin gehen. Nein, das zählte noch. Das zählte noch, der, als Raum. Ach, der Nebenraum zählt auch noch nicht. Ey, das ist aber neu. Nein, es war schon öfters umkämpft. Ja, ja, aber das ist neu, dass der Raum da hinten dazu zählt. Das war vorher nicht so. Ja, merkt euch das auf jeden Fall. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Nee, ab geht, Curry. Ja. So, warte mal. Oder 0 für 3, ey. Das neue Schild da, ey, das kotzt mich an. Das ist voll scheiße. Ja, warte mal ab, wenn das, das bei Montagne das Schild ist krass. Der hat jetzt an den Seiten auch noch einen Schutz. Alter. Äh, echt? Ja. Was, ey? Das ist doch zum Kotzen, Alter. Ja, gut, aber ich mein, legt man schon hin, ne? Ja, aber ich finde, das sind genug Schilder, weißt du, das reicht langsam, ja. Jetzt drei Schilder, die man nehmen kann, oder? Ich hab's nicht verstanden. Ja, so ist es halt, ne? Ja, genau. Der Montagne kann ein Schild nehmen, äh, der hat der Fuse, ne, der Fuse... Ah, Küche, Küche, Küche. Ja, der hat auch ein Schild, aber. Ja, vier, da aber. Nix. Ja, der Blackbeard, den kannst du trotzdem töten, du kannst nur nicht direkt Headshots geben, oder so. Ja, aber wenn du jetzt... Jeder hat halt seine schlechten Schwerden, so ist das immer. Ja. Ich konnte ihm aber zum Beispiel gerade nicht auf die Füße schießen, ging aber nicht. Ja, ja. Ja, aber da kann ja, da ist er nicht... Da ist halt seine Klasse, da hat er sich gut positioniert gehabt, ne? Und du hast halt nicht viel gesehen. Leider. Ja. Das ist es halt. Ja, und zur Not dann immer versuchen, einen so zu umlaufen, oder so. Oder halt den auszumovem, so ein bisschen, ne? Das sieht man ja bei Montagne auch manchmal ganz gut. Aber wir machen jetzt einfach Comeback und dann war das... Ja, dann war das das schon jetzt hier. Ja, dafür Curry, halt. Los geht's, man. Ähhhhh. Alter! Warum hab ich nicht geschossen? Hä? Unten ist einer. Boah, ich war voll... Mein Kopf hat nichts gemacht. Ja, der ist jetzt die Treppe hochgegangen rechts. Okay. War das denn jetzt? Ja, klar. Scheiße. Hab ich noch gesehen? Ich hab einfach nicht reagiert. Robi, vorsichtig. Ja, ja. War da oben was? Hör, Aston, was auf, Alter. Ich werd mal komisch angeschaut, wenn ich sag, dass es keine Schokolade ist. Nice. Okay. Nice, Bronze. Nice. Ich geh mal ins Fenster irgendwo. Die können die eigentlich nicht machen. Ich scanne. Wachsam bleiben. Ich hab dem Spiel aber echt viel mehr Kontrast gegeben, ne? Ja. Kannst du mal hier die Kamera rein fahren, Tobi, oder irgendwie mal checken die Räume? Ja. Ja. Guckst du mit Deckung? Ja, ich geb dir Deckung von oben und unten. Ich fahr da mal rein. Also hier ist soweit alles safe. In dem Gang vorne. Da ist noch so ne Montagne, also nicht Montagne-Kamera, sondern so ne komische Black-Eye-Kamera da. Prrrrrrrr. Vorsicht, Vorsicht, da kommt jemand. Da ist irgendwo einer drin, Curry. Oh, da sind zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Rechts um Ecke, ja. Nice, nice. Hä? Nur noch einer vom eigenen Truppen. Ich raff's nicht, Alter. Ich raff's einfach nicht. Pass auf, der kommt Curry. Nice, Curry. Nice, 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 nice. Da waren zwei, ne? Ja, der eine ist aber weggerannt. In die Küche zurück. Ja. Okay, ihr müsst Kameras gucken, Leute. Egal wo welche sind. Ach nee, wir haben ja gar keine Kameras. Ja doch, wir haben noch ein paar Drohnen drin, ne? Ich hoffe aber mal, dass der Drachenlord nicht den Stream guckt. Ich glaube, macht der. Während der zockt. Also einer ist drinne, Curry. Irgendwann umlaufen höre ich die ganze Zeit. Ja, ja. Links, Curry, links, 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 links am Fenster. Hä? Links in dem Raum ist einer, 100 pro. Ich hab's halt eh was gehört. Ah. Ne. Also einer ist quasi in der Nähe von sichern, ne? Also Onspot quasi. Da ist einer, ne? Ich schaue nicht, aber weiß die Frage, weißt du? Hab kann, ne? Oh, warte mal. 1,14 noch. Oh. Oh. Nice, Alter, wow, nice, nice. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen markiert, ey. I know. Oh nein, ich vergesse immer diese Falle, das gibt es nicht, ey. Wie ärgerlich, Alter. Das ist echt ein Witz. Ah, okay, da hat sie eh herzen, oder? Ja. Aber das war der letzte, der war wirklich Fun-Spot-Curry, ne? Oh Mann. Medal-Leute. Ach, schade, Mann, diese scheiß Falle, Mann, das gibt es nicht, ey. Aber nice, gut gespielt. So, ich hoffe, jetzt kommen wir an die neue Map. Ach, Gottchen. Medal-Leute. Was für ein Level bist du eigentlich, Curry? 63. Okay. Was? Dann geht in die Folge, fast ne Stunde. Oh, 55 Minuten. Joa. Schnuckele, ja, komm, Mann, ey. Komm, gib mal ne neue Map jetzt hier. Doch, gar kein Problem. Sonda-Command. Sonda-Command. Komm schon, Mann. Sprech das mal aus wie, äh, äh, wie, wie ein Jörg. Wer ist ein Jörg? Ja, wer ist Jörg? IJörgi, Alter. Och, der Jörg. Sondercommand.